Geht mit dem Licht. Es scheint, ihr wurdet verfolgt, dunkle Reiter. Die Schlacht ist gewonnen, doch es werden mehr kommen. Schnell zu Aridens Lager. Die dunklen Reiter waren nicht immer so. Einst waren sie eine Gruppe reisender Händler. Leider haben sie sich mit dem Zauberer Medivh angelegt. Er verdammte sie letztlich dazu auf ewig Artefakte. Vorsicht, hinter euch! Eure Fähigkeiten im Kampf sind beeindruckend. Vielleicht überleben wir das hier. Versucht Schritt zu halten, Champion! Aridin war der Erste der dunklen Reiter und ich glaube, er führt sie jetzt an. Sein Lager befindet sich noch im Gebirgspass der Totenwinde. Seltsamerweise all diese Jahre unberührt. So meine Vermutungen stimmen, finden wir hier den Schlüssel, die dunklen Reiter und die von ihnen begehrten Artefakte zu finden. Reiter an unserer Flanke! Seid wachsam! Wir müssen weiter! Wir sind beinahe da! Hier! Das Lager ist auf dieser Lichtung! Durchsuchen wir es! Die Schrecken der Vergangenheit werden euer Untergang sein! Ich denke, das heißt, wir sind auf der richtigen Fährte. Seht, was ihr in diesem Tagebuch finden könnt!